So, ToChat, was habt ihr auf dem Herzen? Ja, die Braum, ihr gebraucht mit Speed, wenn man sie am Anfang ist. Macht es öfters in 3Q und 2MX Braum? Ich spiel nicht so viel Braum, aber reiner QMX Braum ist Troll. Weißt du denn, ich bin jetzt irgendwie Gold 1 oder Gold 2, ich weiß nicht genau, wir spielen in Platin-Emerald-Lobbys, meistens Platin eigentlich. Mir war so schlecht vorhin, aber jetzt wird's wieder... Ach, ich weiß nicht, das war irgendwie ein... Eine Beilage war's irgendwie nicht, die hab ich nicht vertragen, aber das hätte mich fast gekillt. Vegane Pfannkuchen mit Apfelmus, na, oh yes. Okay, achso Pfannkuchen. Achso, ich wollte gerade sagen, das sind Pfannkuchen nicht immer vegan, aber ich hab an Reiberkuchen gedacht, den ich an Pfannkuchen... I mean, das ist immer geil, no? Warte, 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 wie macht man vegane Pfannkuchen? Da ist Ei und Milch drin, du nimmst einfach Ersatzmilch? Aber was nimmst du für das Ei? In Reiberkuchen sind Eier drin, ja auch. Den Saft von Kiki, stimmt, stimmt, stimmt. Kiki aus dem Saft ist sehr broken, hast du sagen, ja. Achso, du meintest mit Apfelmus, dass es in den Teig reinkommt. Ich dachte, du meintest das als Beilage, basically. Blitzcrank und was noch? Ich glaube fast, wir müssen hier aber Tank gehen, also Aftershock gehen. Weil ich bin wirklich der einzige Militampion, ich bin der einzige Frontliner. Wir müssen uns, wir müssen da reinhalten. Okay, sehr gut. Ne, weil es war gestern noch ein Issue, aber jetzt anscheinend nicht mehr. Moin Chef. Ich hab Tee und Suppe getrunken heute. Also ich hatte Tee, ich hatte Suppe, ich hatte alles. Ich bin quasi der Anti... Revitalisiert. Ja, ich bin der Anti-Krankwerdemensch. So, okay. Du als Support-Connisseur. Ja. Auf einem hohen Niveau jetzt. Also jetzt, ne? Hm. Was skill ich hier? Ich muss hier Q gehen, damit ich meinen Aftershock instant proggen kann, wenn ich gehuckt werde, oder? Ja. Denk schon. Wobei bei W-Proggs, Aftershock dann auch sehr schnell, wenn ich den ADC weggebege. Aber es ist delayed, weil du eine Dimension hast. Ja, true. Also ich glaube, beides geht. Du bist sowieso Level 1 useless. Ja, ja, das anyways, klar. Alistar und Rel. Lebt kein Schimmer, was man Level 1 skillt oder macht in den Matchups. Ich finde Rel W immer geil. Aber du meinst die VHW, oder? Ja, ja, die abgesetzte. Ja, ja. Okay, wir sehen den Sticks. Ja, du kannst trotzdem, wir sind trotzdem deep worden, würde ich sagen. Actually, geh du deep worden, ich muss drüber Mitte, falls der Verlänger geht. Hast du, hast du Patch Notes heute angeschaut? Angeschaut, ja. Ich dachte, ich schiele, als ich gesehen habe, dass Morgana schon wieder mehr Damage auf Jungle Camps bekommt. Ich dachte, ich bin... Ich schiele, als ich gesehen habe, dass Leblanc gebufft wird. Ja, ja, ja. Oh, schade. Ich dachte, der hittet mich. Ich auch. Ja, der hat noch ewig cool an der Bro. Ich habe sechs Sekunden. Ja, Level 3 hier werden wir gleich. Level 3 hier. Let's go. Wow. Das ist auch echt ein richtig guter Schuss. Also, war schon nicht schlecht von hier. Aber wir sind jetzt, glaube ich, auch nicht mehr selber. Gut, dass sie auch betrachtet haben, sonst würde ich hier einfach Base gemustert haben. Äh, wait, ich kann hier hexen. Maybe kriege ich einen Insect of Blitzcrank. Ich habe keinen Heal dabei. Ja, ich bin in den Towerer gesprungen. Um Blitzcrank den Kill zu geben. Wir haben es auch zum Beispiel schon denen hier. Ich dachte, er hat noch kein einziges Mal einfach so in den Busch gehuckt. Der wird es wieder nicht tun. Oh, schönes Bunny. Äh, Upsi. Äh, Viertel moved jetzt nach unten. Mhm. Äh, die wurde einmal gebufft, irgendwie, vor ein paar Patches. Und seitdem ist die komplett broken. Ja, ich komme da halt nicht ran, ne? Oh mein Gott, unser Damage-Spieler. Er ist am Deliveren. Zweit, Mann. Oh. 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 Das ist eine Wichtigkeit für dich, I'm sorry. Arsch, Herr Pes. Habe ich da bekommen. Aber ich gucke dir noch. Ich, ich habe auch. Äh, Akschan move. Akschan move, Akschan move. Damage ist irgendwie nicht so gut. Wie ich es gerne hätte. Ich glaube, wir sollten ganz raus. Okay. Ah, okay. Es ist mit der, es ist mit der. Ich gehe so ziemlich raus. Wenn ich dir das Flash-Kombo, ist sie tot, oder? Ah, okay. Äh, ne. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Wenn er uns das Flash-Kombo ist, sind wir tot, oder? Ja. Der ultiert hier rüber, ich insect in den Tower. Er ist mit. Ah, wir fließen mit. Ah, die Slider fuhren mir weg jetzt da. Gedasht. Fand ich ein bisschen offensive. Aber ist okay. Ich bin so toast, no? Der ultiert für mich. Zeige des absoluten Wahnsinns. Lol. Wie Passive, Alter. Ja. Früher hat Alistair wohl noch AD gegeben. Nee. Und hast kein Damage. Ja, hat sie. Klarny, ich weiß nicht, was das war mit dem Flash. Ich bin sicher, der eine oder andere LC-Spieler, und das ist sehr krass. Ich weiß, ich weiß es auch nicht. Ja, das ist halt, deswegen finde ich Phase Rush so geil. Weil sie konnte mich disengagen, und dann hat, ich bin mit der Ehe nicht auf sie draufgekommen. Mit Phase Rush, P sich der hinterher, die kriegt ihr ein Sun ins Gesicht und mir ein Double kill. Er hat nicht gecancelt. Ey, ich meine, er hat gecancelt. Er hat nicht gecancelt. Aber, fuck it, oder? Wir haben Black Shield und Endless Souls Ich kann dir das folgen Soweit halt eben geht Ah, okay, Fist ist schon drin Ist schon drin, da möchte ich gern folgen eigentlich Ja, fuck it, ich geh da jetzt einfach rein und tank den Turm, oder? Bro, wie oft hab ich diesen eh Autotagra gecancelt Ich spiel nie wieder Autoshock, Alistair Das ist so unbefriedigend Im Vergleich zu Glacial und Face Rush Das war actually sehr gut von uns Ja, ist auch ein Diamond Spieler Ja, Diamond Spieler sind schon im untersten Niveau Die sind einfach alle cracked Diamond Spieler, der in Emerald Platinum Lobby spielen muss Wir sollten hier unten reinschmecken Kali, du brauchst immer so 5 Sekunden Ja Macht es, viel Spaß Nice Damit hab ich nicht gerechnet Wenn wir auf KSRW aufpassen Doch, scheint gut zu sein in der neuen Magana W Also, zu gut Ja, also immer mal wieder Aber Ich kann ihn ja schreiben Okay Junge, macht immer gerne W-File, Mensch Also auch am Champions League Ups Oh, soposh, nice Junge, es ist wieder eine Fiesta Mann, ich hätte alles ab, so in der Theorie Fiddle hast du 6 Ultis gecancelt Nice Kannst du rein, kannst du rein, wenn du kannst Ey, der Blitz hat keinen Flash No, und der ist schon einfach, oder? Okay Ein Combo-Ready für Arshkan Oh, Arshkan ist einfach nicht da Ich würde da Pause machen, ne? Ich mag keine Pause Das kommt echt oft Die Meldung Aber ich glaube, Kuria, wenn nicht so oft Hätte nicht so oft Worlds gewonnen Wenn sie jedes Mal Pause gemacht hätten Mal auch Köln Ah, der Blacksteak, ne? Arshkan Combo in 5 Fiddle kann Flash GG 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 Ja, das war natürlich komplett scheiße Aber jetzt sterben wir alle Ach, warum Ich muss wirklich aufhören Zu irgendwelchen Leuten hinzulaufen Es ist crazy Ja, wir pushen einfach Mitte, oder? Aber wir sind zu zweit Könnten uns dritt sein Kombo in 3 Ich hab noch Flash Ne, ist Flankster müssen Na, ein saftiges Rollenspiel wäre es gewesen Ach, schade, ich hab Lowkick auf dich Hier erwischt ich keine Ahnung Okay, ich erwischt ich keine Ahnung GG Juhu, ich bin Platin aufgestiegen Oh, das ist schon Platin Oder kommt erst Emerald Ne, erst kommt Platin Plus 40 macht mich fertig Ich bin jetzt erst bei plus 40 Es dauert halt wirklich ewig Jo Jo Das war's für heute.